Ein herzliches Hallo von Pro Hannover Region, dem größten Wirtschaftsnetz wertsten in der Region Hannover. Von Della, dem aus Hannover stammenden Pop-Up-Künstler und unserer Pro Hannover Region. In Tüffel kurz PHR Della Big Duck, die am 19. August beim 8. NKR in den Ebrachsee an den Start geben wird. Wir freuen uns sehr, wieder dabei sein zu dürfen, um das NKR das Leben retten zu unterstützen. Und freuen uns besonders, dass diesmal Della, unserer Pro Hannover Region Ente, mit seiner besonderen, kreativen Handschrift eine ganz besondere Note gegeben hat. Unsere PHR Della Big Duck trägt Begriffe, die Pro Hannover Region als Wirtschaftsverein ausmachen. Designed nach Dellas Welt. Pop-Art mit starken Lokalen, mit Themen bezogen und mit witzigen Details. Della Big Duck freut sich auf den Entenalarm auf dem Maschsee. Mitmachen, Spaß haben mit dir.